Im April 2013 stand der spanische Fußballklub FC Malaga im Champions League Viertelfinale Borussia Dortmund gegenüber. Bis zur 90. Spielminute sah es so aus, als würde der Underdog aus der andalusischen Hafenstadt tatsächlich die Sensation schaffen und ins Halbfinale des größten europäischen Wettbewerbes einziehen. Doch dann kam die Nachspielzeit und Dortmund legte eine Aufholjagd hin, die bis heute noch Legendenstatus hat. Marco Reus und Felipe Santana treffen. Der Traum des FC Malagas, der so zum Greifen nahe war, wurde innerhalb von drei Minuten zunichte gemacht. Heute, zehn Jahre später, ist vom einst herausragenden FC Malaga der Anfang 2010er Jahre nichts mehr übrig geblieben. Der Verein ist in der Versenkung verschwunden und steuert bereits auf den Abstieg in die dritte Liga zu. Wie wurde der FC Malaga so schnell erfolgreich und wieso stürzte er genauso schnell wieder ab? In diesem heutigen Video geht es um den Aufstieg und Fall des FC Malaga. Der Malaga Club de Football ist ein spanischer Fußballverein aus der andalusischen Hafenstadt Malaga. Ursprünglich wurde der Verein 1949 unter dem Namen Club Atletico Malagreno gegründet und fungierte als Reservemannschaft des Club Deportivo Malaga, der sich in der höchsten spanischen Spielklasse befindet. Nach dem Abstieg aus der Premierdivision in der Saison 1989-90 geriet der Verein CD Malaga in finanzielle Schwierigkeiten und wurde 1992 aufgelöst. Die Auflösung des Hauptvereins betraf jedoch nicht die Reservemannschaft, die weiterhin aktiv war. Um die Tradition des Vereins fortzuführen, wurde die Reserve 1993 in Malaga CF umbenannt. Der uns heute bekannte FC Malaga stieg 1998 in die zweite Liga Spaniens auf und zwei Jahre später in die La Liga die höchste. Es dauerte nicht lange, bis der Verein sich das erste Mal für UEFA Pokal qualifizierte und 2001-02 das Viertelfinale erreichte. Auch am Cup der guten Hoffnungen hat der Verein teilgenommen und gewonnen. 2005-06 stieg der Verein allerdings aus der höchsten Spielklasse Spaniens ab und 2007 fast sogar aus der zweiten. Der FC Malaga konnte sich jedoch schnell fangen und stieg 2008 wieder ins spanische Oberhaus auf. In der Aufstiegssaison wurde der Verein 8 da, was zu dem Zeitpunkt die beste Ligaplatzierung der Vereinshistorie war. Der Verein war dennoch sehr unkonstant und stieg ein Jahr später fast wieder ab. Trotz kleiner Erfolgserlebnisse gilt der FC Malaga sowie ihr Vorgänger Cedi Malaga entweder als Fahrstuhlmannschaft oder als graue Maus. Dies sollte sich aber ab der nächsten Saison drastisch ändern. Alles begangen mit der Saison 2010-11. Shaikh Abdullah Ben Nasser Altani, Mitglied der katarischen Königsfamilie und einer der reichsten Männer des Emirats mit einem geschätzten Vermögen von 1,76 Milliarden Euro. Genau dieser erwarb im Jahr 2010 den spanischen Fußballverein FC Malaga für rund 36 Millionen Euro. Sein Ziel war es, aus dem kleinen spanischen Durchschnittsklub einen internationalen Topklub zu machen. Obwohl er persönlich nur selten in Spanien war, beglich aus der Ferne die bestehenden Vereinsschulden und stattete den Verein mit 150 Millionen Euro für neue Spieler und Gehälter aus. Zusätzlich kündigte er die Gründung einer neuen Jugendakademie an, die La Masia vom FC Barcelona Konkurrenz machen sollte. Als Shaikh Abdullah Ben Nasser Altani bekannt gab, dass er ein neues Stadion für bis zu 65.000 Besucher bauen lassen möchte, waren die Fans des FC Malagas über den neuen Investor absolut begeistert und hatten an ihn keine Zweifel. In der Saison 2010 erreichte der FC Malaga mit dem 11. Platz die zweitbeste Endplatzierung in der Vereinsgeschichte. In der nächsten Saison soll der Sprung nach ganz oben erfolgen und der Verein wurde im Sommer 2011 komplett auf links gedreht. Für die Saison 2011 wurden 12 große Veränderungen im Kader vorgenommen. 14 Spieler verließen den Verein ohne Ablöse, während 11 neue Spieler, darunter bekannte Namen wie Jeremy Tualong, Isco, Santi Casola, Joaquin und das HSV Du, Joris Matheisen und Ruth Van Nistelrooy verpflichtet wurden. Knapp 60 Millionen Euro hat man in der Transferperiode ausgegeben, was für damalige Verhältnisse echt viel ist. Im Sommer 2011 gab in Spanien nur der FC Barcelona und Atletico Madrid mehr Geld für Spieler aus. Die knapp 60 Millionen für neue Spieler sollten sich aber noch auszahlen. Unter der Leitung des erfahrenen Trainers Manuel Pellegrini, der zuvor bei Real Madrid tätig war, spielte der FC Malaga die beste Saison seiner Vereinshistorie. Der Verein erreichte in der Hinrunde mit Platz 10 eine für sie überdurchschnittliche Ligaplatzierung, die aber in der Rückrunde noch getoppt werden sollte. Nach einem Heimsieg gegen Sporting Gehorn am letzten Spieltag, steht der FC Malaga mit 58 Punkten auf Platz 4 und damit auf einen Champions League Qualifikationsplatz. Nach einem 2 zu 0 Sieg gegen Panathinaikos Athen qualifizierte sich der FC Malaga 2012-13 erstmals in der Geschichte für die Gruppenphase der UEFA Champions League. Die ausgelassene Stimmung in der Hafenstadt fand jedoch ein unerwartet schnelles Ende, als Präsident und Geldgeber Altani vor der ersten Saison in der Königsklasse urplötzlich und ohne ersichtlichen Grund den Geldern abdrehte. Ohne die notwendigen Finanzspritzen des Scheichs stand der Klub vor dem Chaos, da er die teuren Spielergehälter unmöglich alleine stemmen konnte. Der Traum von Erfolg und Ruhm starb und der Verein musste einen radikalen Sparkuss fahren. Für gut 40 Millionen Euro verschäbelte Malaga seine Topspieler, um Antti Cazorla und Nacho Monreal wieder, um wenigstens die Vereinsauflösung zu vermeiden. Zusätzlich mussten einige Spieler enorme Geldeinbußen hinnehmen und Spieler konnte der Verein nur entweder per Laie oder ablösefrei verpflichten. Trotz der schwierigen finanziellen Lage und eines unterdurchschnittlichen Kaders spielte der FC Malaga in der Champions League eine herausragende Saison. Ohne ein einziges Spiel zu verlieren, standen die Sardellen in ihrer Gruppe vor Anderlecht, vor Zedit und vor Milan auf Platz 1 und zogen somit in die K.O.-Runde des größten europäischen Turniers ein. Obwohl intern ein absolutes Chaos herrscht, spielt Malaga sportlich eine sehr gute Saison. Isco gewann den Golden Boy, Malaga steht in der Liga auf Platz 4 und im 8. Finale stand Porto als Gegner an. Man verlor zwar gegen die Portugiesen im Hinspiel 1 zu 0, aber nach einem 2 zu 0 Sieg im Rückspiel erreichte der Verein in seiner ersten Saison in der Champions League das Viertelfinale. In der Runde der letzten 8 Mannschaften traf der FC Malaga auf den amtierenden deutschen Meister Borussia Dortmund mit dem Ziel, den Einzug ins Halbfinale perfekt zu machen. Die Andalusier zeigten erneut Kampfgeist und es sah lange vielversprechend aus. Das Hinspiel in Malaga endete mit einem torlosen Unentschieden und auch das Rückspiel in Westfalenstadion stand es lange Zeit 1 zu 1, was aufgrund der Auswärts-Torregel ein positives Ergebnis für Malaga bedeutete. Als Eliseo in der 82. Spielminute das zwischenzeitliche 2 zu 1 für Malaga erzielte, bereitete man sich zu Hause bereits auf den größten Triumph in der Vereinsgeschichte vor. Doch dann geschah in der Nachspielzeit etwas, das als Wendepunkt in die Geschichte eingehen sollte. Innerhalb von nur 3 Minuten drehte die Borussia das Spiel und trotz der starken Leistung schied Malaga aus dem Turnier aus. Erneut für die Königsklasse qualifizieren konnte sich der Verein nicht, aber als 6. in der Liga bestand die Möglichkeit, in der Saison 2013-2014 erstmals an UEFA Europa League teilzunehmen. Leider kam es nicht dazu, da der Verein weiterhin mit finanziellen Problemen zu kämpfen hatte und wegen Verstößen gegen das Financial Verplay von UEFA mit einer einjährigen internationalen Sperre belegt wurde. Zwei Jahre später wurde bekannt, dass der damalige Generaldirektor Vincente Casado und Vizepräsident Mujacatat gegenseitig beträchtliche Boni zugestanzt hatten, in denen sie Spielerrechte und Vereinsanteile an Investoren verkauften, um den ohnehin kaputten Verein von innen heraus zu zerstören. Infolge dieser Enthüllungen zeigte plötzlich Scheich Altani wieder Interesse an seinem Klub. Über Nacht tat er so, als wäre er der größte Malaga-Fanboy, begleitete die Frauenmannschaft zu Auswärtsspielen, besuchte Jugendpartien und hielt Ansprachen in der Kabine vor wichtigen Spielen. In Interviews und Fernsehauftritten behauptete er, dass Malaga sein Leben sei und er den Verein mit einer neuen Strategie wieder an die Spitze führen werde. Wie auch immer diese Strategie aussehen mochte, sie behältete keine finanzielle Unterstützung des Eigentümers, obwohl der Scheich dies groß ankündigte und sich mehrmals öffentlich als Retter und Vater des FC Malaga präsentierte. Wie Väter eben so sind, ging der Scheich nach einem halben Jahr Zigaretten holen und meldete sich danach nie wieder beim Verein. Dies erfreute die Fans nicht so sehr und zeigten öffentlich Protest. Trotz des Chaos konnte sich der FC Malaga noch einige Jahre in der ersten Liga Spaniens halten, bis er in der Saison 2017-18 in die zweite Liga abstieg. In der ersten Zweitligasaison nach Abstieg verpasste der Verein knapp den Wiederaufstieg in die Premiera-Division. Da aber der Verein nur Dritter in der Liga wurde, mussten sie in die Aufstiegs-Playoffs antreten, wo die Sardellen mit 5 zu 2 an Deportivo La Carunia scheiterten. Nach dem Fastaufstieg folgt der weitere sportliche Absturz. Malaga entwickelte sich in der Liga zu einem mittelmäßigen Zweitligist, der gerade so den Abstiegskampf überlebt. 2021-22 hat der Verein gerade so den Abstieg verhindert, aber in der aktuellen Saison, 2022-23, steht der ehemalige Schelms-Sieg-Viertelfinalist auf dem 19. Tabellenplatz, was den direkten Abstieg in die dritte Liga bedeuten würde. Zwar sind noch zwei Spieltage übrig, aber damit der FC Malaga noch die Klasse hält, müssten Sporting Gijón und CDU Huesca jedes Spiel verlieren und Malaga jedes Gewinn aufgrund der Tordifferenz am besten hoch. Sollte es so nicht passieren, sehen wir den FC Malaga zusammen mit anderen abgestürzten spanischen Fußballvereinen wie den FC Córdoba, Real Union oder Deportivo La Carunia in der dritten spanischen Liga wieder. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was wurde aus den Scheich und was für Konsequenzen gab es für ihn. Ende 2019 erstatteten Kleinaktionäre Anzeige gegen den Scheich und warfen ihn unter anderem Untreue, Geldwäsche und Misswirtschaft vor. Es wird behauptet, dass Altani den Verein noch 9 Millionen Euro schuldet. Im Februar 2020 wurde ihm per Gerichtsbeschluss die Vereinsführung des FC Malagas entzogen. Bis heute leidet der FC Malaga unter den Folgen dieser turbulenten Zeit. Trotz harter Sparmaßnahmen wie der Entlassung nahezu aller Lizenzspiele im Sommer 2020 und dem Verzicht auf Gehälter, ist der Verein weiterhin hoch verschuldet und hat Schwierigkeiten seine Spiele zu registrieren. Obwohl dem Scheich wie gesagt die Vereinsführung entzogen wurde, bleibt unklar, was genau mit seinen Anteilen am Klub geschehen soll. Solange dieses Problem nicht gelöst ist, kann kein neuer Investor einsteigen. Bis ein gerichtliches Urteil gefällt ist, bleibt die Zukunft des FC Malagas ungewiss. Derzeit besteht die Hoffnung, dass Nasser Al-Kalaifi, der Chef der Investorengruppe Katar Sports Investments und auch bei PSG tätig ist, den spanischen Traditionsklub übernimmt. Auf die entsprechenden Gerüchte angesprochen, bestätigte Al-Kalaifi das Interesse am FC Malaga und sagte, wir suchen nach Möglichkeiten. Es ist ein fantastischer Klub, der sich gerade in einer schwierigen Situation befindet. Wenn es eine Möglichkeit gibt, warum nicht? Die Stadt und der Verein sind fantastisch. Allerdings ist immer noch unklar, wie viele Anteile Al-Tani am Klub besitzt und solange kein gerichtliches Urteil gefällt wurde, könnte sich ein möglicher Einstieg noch hinziehen. Neben Kalaifi war auch 2020 Hollywoodstar George Clooney am FC Malaga interessiert gewesen. Laut Medienberichten zufolge bot man sogar mehr als jene 36 Millionen Euro, die Al-Tani, den vorigen Investor des FC Malagas, die Familie Sanz, überwiesen hat. Der Scheich bestand jedoch offenkundig auf eine Forderung von 84 Millionen Euro. Wir sind gespannt, wo die Reise des FC Malaga hingehen wird und ob der Verein in naher Zukunft wieder rehabilitiert wird oder ob er für immer in der Versenkung verbleiben wird. Schreibt eure Meinung und eure Erfahrungen zum FC Malaga in die Kommentare. Wie steht ihr zu Investoren und wie hätte man den Absturz verhindern können? Sollte euch dieses Format gefallen haben, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, weil Algorithmus und so. Und dass ihr meinen Kanal abonniert, um kein Video wie dieses hier zu verpassen. In der Endcard findet ihr das neueste Video. Fußballvereine, die gegen sich selbst gespielt haben. Und daneben ein Video über 5 Fußballvereine, die nach echten Personen benannt sind. Folgt mir auf Instagram, EdnairoFootball. Das war's im Video, bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.